Ich müsste das Pfadblock zahlen, also genau, also ich brauche mich nicht besser, wenn du weißt, dass ich das noch nicht. Ja, also ich habe nicht überhaupt keine Infos, ob ich ein Putsch habe für das Team, das ist ja von mir eine so kleine Extra-Idez, wo ich für die Verstand entwicklen kann, was du auch für uns sind. Ja, auf jeden Fall, aber ich finde, dass du 50 Fr. ohne Witz, also weißt du, das ist auch das System. Ja. 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 Ja.